Wie ist es, Taubblind oder Hörsehbehinder zu sein? Wie nehmen Kinder und Jugendliche mit Taubblindheit, Hörsehbehinderung, die Welt wahr? Wie bauen sie Vorstellungen von der Welt auf? Und wie sehen die kommunikativen Äußerungen aus, die auf diesen mentalen Vorstellungen fußen? Konservativen Schätzungen zufolge haben bundesweit rund 1300 Kinder und Jugendliche taubblindenspezifische Unterstützungs- und Bildungsbedürfnisse. Im deutschsprachigen Raum fehlt es jedoch bislang an qualifizierten Lehrkräften für die Arbeit mit dieser Zielgruppe. Doch was braucht es, um Menschen mit Taubblindheit, Hörsehbehinderung kompetent zu begegnen? Hier bietet das besondere Erweiterungsfach Taubblindheit, Hörsehbehinderung der Pädagogischen Hochschule Heidelberg in dieser Art bundesweit ein einzigartiges Angebot, Möglichkeiten der spezifischen Kompetenzerweiterung und Professionalisierung. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in der Verknüpfung von Theorie und Praxis, der durch den Einsatz von Videoanalyse, beispielsweise mit dem Fokus auf den körperlich-taktilen Ansatz im Miteinander oder auf die Fokussierung von Initiativen und Antworten der Partner umgesetzt wird. Immanent ist auch das regelmäßige Durchführen von Kompaktseminaren an Kompetenzzentren für Menschen mit Taubblindheit oder Sehbehinderung. Warum man das studieren sollte? Weil es einfach, finde ich persönlich, den Horizont unglaublich erweitert. Es sind einfach Perspektiven, die man einnimmt, wo man einfach dachte so, ja, das stimmt einfach total und das bringt mich weiter und das bringt die Menschen um mich rum weiter. Ich habe einfach gesehen, dass es ein total interessanter Bereich ist. Ich finde es total spannend und interessant, wie Kommunikation funktioniert, wenn es eben nicht auf Lautsprache basiert. Weil man nochmal so viel mehr lernt, also weil es eben nicht diese additive Behinderung ist, also es ist nicht irgendwie, dass man zwei Fachrichtungen hat, Sehen und Hören, sondern es ist nochmal was ganz anderes. Und das lernt man einfach in dem Erweiterungsfach super gut. Und ich finde, das ist ein Bereich, den man auch in allen anderen Fördersperrpunkten integrieren kann. Also ich studiere noch Hören und Geistige Entwicklung. Und gerade bei Kindern mit schwerstmehrfacher Behinderung ist das eben auch etwas, das relevant ist, weil eben dort Lautsprache auch nicht immer unbedingt gegeben ist. Und man kann da eben ganz viel mitnehmen, auch für sich persönlich. Was man im besonderen Erweiterungsfach auch lernt, ist die Perspektive der Menschen mit Taub, Blindheit, Hör, Sehbehinderung einzunehmen. Das bedeutet, sich einzufühlen in die Kinder und Jugendlichen, wie sie die Welt wahrnehmen, wie auf Basis der Wahrnehmung der Welt Äußerungen entstehen und wie wir sie bestätigen und beantworten können. Detaillierte Informationen sowie Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf der Webseite www.ph-heidelberg.de slash taubblind www.ph-heidelberg.de Untertitelung des ZDF, 2020